Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge The Culling mit Dalukat. Hallo Kunran. Hier sind tausend Stöcke, aber nur ein Stein. Das sieht bei mir genauso aus. Die ganze Zeit doof im Kreis. Wir sind als Kajo des Westen Meister Kajo unterwegs. Jetzt nicht denken, dass Kunran den Namen zuerst ausgewählt hat, den hatte ich zu Ehren. Sonst wäre es ein bisschen doof. Eigentlich wollte ich erst den Affen haben, aber da wusste ich den Namen nicht und dann bin ich ins Wikipedia gegangen. Bei mir ist es direkt ein Gegner. Ok, so weit sind wir nicht auseinander, aber so schnell bin ich dann glaube ich auch nicht da. So weit 250 Meter, ich sehe dich ja schon. Den machen wir fertig. Ich verfolge ihn jetzt, wie er mich. Warum rennt er in die Mitte? Das heißt, er muss eigentlich zu seinem Kumpel rennen. Ja, wahrscheinlich ist kein Maid auf der anderen Seite irgendwo. Er rennt straight rüber. Ich denke, ich ihn pump. So gleich da. 140 noch. Obwohl ich jetzt gleich eben einmal O-Store sparen muss. Dead by Daylight habe ich bis nach der GC alles aufgenommen. What the fuck? Das war richtig krass. Airport wurde gerade Giftcontainer angemacht. Also da war scheinbar noch einer. Ich komme jetzt übrigens unten rein. Ja. Grüne? Ne, ne, ne. Oben drauf ist die Grüne. Ein Tanto-Knife? Würde ich verkaufen unter einer Stelle. Ja, verkaufen. Das bringt ja gar nichts. Ne, ne. Ich habe übrigens, wir haben ja, ich habe gesagt, ich ende den Airdrop mal. Ich habe jetzt den Kommando drin. Leider muss ich sagen, gibt es jetzt nicht so viele interessante Airdrops. Das einzige, was sich halt wirklich lohnt, ist entweder T4 Hammer, T4 Axt oder T4 Speer. Hast du irgendwas gedroppt? Das klang Metall an. Ne, ne. Ich habe hier gegen die Wand geschlagen. Also alle anderen Airdrops sind halt sau uninteressant in dem Spiel. Ja, da liegt das Schwert meiner Meinung nach uninteressant. Ich finde das Katana mega schlecht. Ich weiß nicht warum. Mit dem Katana habe ich noch nie gewonnen. Früher war es OP, als halt schnelle Waffen OP waren. Ich denke auch, dass das Katana immer noch gut ist. Aber es wirkt immer so schwach. Erstmal als Zeus. Ja, es macht halt, ich glaube, selbst das Katana macht nur noch bis 24 Schaden. Und macht dafür aber eine Dreier Wunde. Ich glaube, die Wunde macht bestimmt irgendwie 10 Schaden, wenn du sie komplett ausbluten lässt. Aber trotzdem ist halt irgendwie so, dieser Initial Hit macht halt nicht so viel. Ihr, das nimm mal mit. Ich habe gerade zwei Spritzen aufgehoben. Ja, aber das kann man ja behalten. Ja, das auf jeden Fall. Guck mal hinten und ob da jetzt noch ein Fiste. Ne, nichts hier. Was haben wir hier? Ach, hier gibt es ein Dynamit für 150. Können wir uns mehr an. Ja, die wenigsten werden das kaufen. Finden irgendwie nicht alle so viel Geld. Irgendwie ist Campgleiche. Oh, der ist runtergefallen. Das war Sturzschaden. Ne. Kampf. Dann hauen wir erstmal das Zweierteam oben. Ja, bin ich dabei. Der andere kommt zu dir. Du musst eben machen. Ja. Ah, jetzt hole ich. Kommen wir ran. Ja. Da kommen neue. Wir müssen runter springen links. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Die gehen den normalen Weg. Gehen wir durch? Ja, müssen wir. Ich hab noch das Med-Kit. Ich heil mich sowieso voll. Ja, ich nicht mehr. Hinter uns ist der Einzelne. Kann ich das Med-Kit droppen? Äh. Ne mach. Also. Brauchen wir gar nicht. Okay. Nach äh. Links von uns in Steps? Ja, nach Westen. Nach Westen. Westen. Hier sind grad jetzt einige. Oh, wir haben uns geschossen. Ich hab noch einen Stamina Shot. Könnt ich für mich einwerfen, aber der hilft dir nix. Äh. Das fand ich mega interessant den Kampf. Das muss ich mir selber im Video nochmal angucken. Ähm. Bevor ich mein Med-Kit benutzt hab. Ich bin so schnell down gegangen. Und ich hab das nicht mitbekommen. Dann rechts rum jetzt wieder. Norden und hier kurz heilen. An dem Baum. Ich hab keine Ahnung, warum ich grad so schnell, äh, low war. Okay. Ich weiß es. Allerdings auch nicht. Ich hab, ich dachte ich kämpfe da noch ein bisschen. Weil ich hab, gefühlt hab ich noch nix abbekommen. Und auf einmal wird das Bild rot. Wie viel, äh, Crates hast du denn einen bekommen? Ähm, ich hab jetzt 105. Okay. Ich hab 120. Da liegt ein Düner noch den Stock da. Ich hör mich jetzt eh vor. Äh, schnell hinschauen, wo der hinfliegt vielleicht. Ja. Ja. A random weapon airdrop is on its way to a secret location. Airdrop bring people together. A random weapon airdrop. Ja, ist nicht in jeder Kiste ne Waffe drin? Ähm, dynamite airdrop nicht. Also sei ja. In der letzten Folge hast du gesagt, es ist ne Waffe. Ja, stimmt. Ich hab letzte Folge noch gesagt. Da rechts vielleicht den. Prinzipiell. Der hat nen Rucksack. Der hat mich geblockt. Aber dafür... Nice. Schön. Perfekt. Okay, weiter geradeaus ist der airdrop. Und da er immer noch fliegt, ist das der random airdrop. Mhm. Willst du den Stamina Shot einwerfen? Ähm. Ja, das Problem ist dann einer von uns muss ja eh laufen. Ja gut, aber... Wobei du hast jetzt auch schon wieder was voll ausgetaucht. Ich hab jetzt gar nicht nach oben geguckt. Wo genau fliegt der hin? Geradeaus weiter. Muss er sein. Ah, da. 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 Ja. Ist er doch. Ja, das ist der random airdrop. Geh ich fast schon aus. Passt auch von der Zeit her. Der wird ja auch zwei Minuten fliegen. Kann man halt nur abschieben. Ich finde es übrigens echt cool, dass sie den wieder eingeführt haben. Boah. Der könnte... Ach, das ist der, den du in der letzten Folge gerufen hast, oder? Äh, ja nur halt den schnell. Ist der. Ja, ja, da ist ja orangene Flügel sozusagen. Ach guck mal. Was haben wir? Der Batscher. Huch. Jetzt hab ich... Ich hab die Axt aufgehoben. Willst du Wind genommen und du den Speer? Äh, wie viel Credits hast du? Äh, 177. Okay, dann musst du verkaufen. Okay. Shit, jetzt ist was... Nachdem da ist es. Okay. 191. Oh, Blasrohr gibt auch immerhin fünf Fangen. Obwohl es leer ist. Rechts vom Automaten liegt auch noch was. 116... Äh, 216... 216... Meiner war doch nur 225. Ich hab ja jetzt Takt genommen. Ich kann meinen rufen. Verkauf du ruhig. In meinem ist dann gleich auch Body-Armor drin. Dann nimm du die fertige Body-Armor. Jetzt haben wir keinen Bogen, um den runterzuholen, oder? Äh, das... Ah, die Axt haben wir jetzt verkauft. Ich hab meine Axt, die könnte ich theoretisch hochwerfen. Ach, mach euch. Da drüben... Ah, ne. Deiner? Ne, ich dachte... Ich hatte deinen Schläger auf den Baum gehört. Dachte ich irgendwie da drüben wär einer. So schnell treff ich das nicht. Ich aber. Okay. Au. Beim Umdrehen nochmal reingerannt. So, dann nimm du die Body-Armor. Ja. Hast du noch mehr Platz, oder? Ein Slot noch. Dann nimm du, ich sputze auch noch. Dann kannst du gleich meine Axt, die ich noch hab, verkaufen. Und... Ah, schade, es geht nicht mehr. Du slidest nicht mehr. Also, eigentlich müsstest du beim Sliden keinen Schaden bekommen. Naja, egal. Kommt drauf. Fack, wieder voll. Ich... Okay. Ich taub dir die Axt gleich. Mal gucken, ob hier noch irgendwie frei ist. Ne. Wobei doch, hier ist noch. Ich war nur der. Hä? Hat er einen Doppelschrank zugelassen? Scheinbar. Gleich kam jemand. Kann natürlich sein. Ja, grün ist hier oben auch schon gelootet. Okay. Aber nicht ganz. Der Schlagring liegt da noch. Ja, mein St. Christ. Das Gebäude ist echt... Hier oben ist eine rote Kiste. Okay. Hä? Ich sehe ein rotes Fass. Ist ja eigentlich... Rote Kiste... Kann eigentlich fast nur gutes drin sein. Ja, seitdem da nicht mehr Taser drin ist. Was? So, es leben drei Teams mit uns und eine einzelne. Ach shit, jetzt kam gerade der Funk-Proc. Dann hätte ich das machen können. Bis jetzt hatten wir sonst außerdem im AirDrop noch kein Event, oder? Äh, kam nicht am Anfang schon eins, aber ich glaube nicht. Ich glaube das am... Hier unten drunter. Unter der Treppe. Ach da. Okay. Ja, es ist nicht unter der Treppe. Es ist unter dem eingestürzten Weg. War vielleicht missverständlich. Ein Bowie Knife. Ja. Ist zwar ein Messer, aber... Macht weniger Damage als der Clipper. Macht das auch nur 18? Ja. Dürfte dann mal eine Dreier-Wunde haben, oder? Ja, das schon. 50 Credits noch. Okay. Ich habe jetzt meinen Hammer und ich habe einen Mad-Kit. Ja, wenigstens konnten wir das eine Mad-Kit behalten. Ja. Gut, dass die anderen uns da dooferweise haben im Kommen lassen. Hätten sie nicht machen sollen. Ja, gut. Als wir beide da runtergesprungen sind. Komplett außen rum gehen. Nein, 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 nein. Die haben ja... Der hat mich angegriffen. Als wir beide runtergesprungen sind, war ich ja geslowt. Du warst ja irgendwie im Haus. Ja, genau. Und dann ist einer halt den normalen Weg runtergegangen. Er ist aufs Haus und hat mich dann angegriffen. Sein Kumpel hat neben mir auf das explosive Fass geschossen. Da war ich ja nur noch bei 30 HP. Aber sein Kumpel hat wohl auch Damage von dem Fass bekommen. Dann haben die sich jetzt mal zurückgezogen. Ich habe hier noch einen T1 Hammer für dich zum Verkaufen. Ich droppe den noch am Automaten. Ich gehe so halb hinter dem Automaten. War ich? Ja. Guck mal, hat der oben alles mitgenommen? Ja, hat er. Okay. Rechts neben dem Automaten. Kühlschrank ist nix drin. Okay. Wie viele Credits noch? Na ja, ich könnte in den 150er das Dynamit aus dem Dingens holen. Und dafür noch eine Spritze holen. Dahinten kämpfen welche. Water, Pump. Oh, das wäre vielleicht gut, wenn wir uns beeilen. Ja. War aber natürlich ein Team, das gestorben ist. Ne, lebt da noch einer davon. Ne, der eine war die ganze Zeit schon. Gut, aber die können sich nicht gleichzeitig heilen. Das ist halt die Frage. Dauert doch auch ein bisschen. Die heilen sich auf jeden Fall, haben aufgehört. Jetzt heilt sich der andere. Hau mich, hau mich mit der Faust. Okay. Abhauen. Die haben Defense Spritze. Und T4. Kommt hinterher. Ist du hinter mir? Ja, ich bin direkt hinter dir. Ne, die kommt nicht hinterher. Okay. Okay. 25 Crails dann vielleicht doch noch den Airdrop holen. Die Zeit wird natürlich jetzt relativ knapp. Ich mag das, dass man einen aus diesen... Ne, erst hauen kann. Musst du nur erstmal... Ich muss nur erstmal vom Hammer weg. Damit wollte ich dich nicht hauen. Also, ich sehe ein rotes Fass. Ich sehe einmal ein Skelett zum Looten. Links ist das Skelett, ja. Gift könntest du einmal anmachen. Dann könnte man Gift anmachen. 15. Fehlen noch 10. Hier ist nochmal Gift. Würden noch 5 fehlen. Hier. Dann muss ich mich aber beeilen. Alles. Geht. 4 Credits noch. Plus vielleicht einmal heilen. Oder vielleicht machst du mir eine Bandage. Ich habe keine Bandage mehr. Es sind zwar nur 8 HP, aber... 8 HP sind 8 HP. Ich könnte den Airdrop hier dann rufen vielleicht. Warte mal. Ich habe sogar eine Idee. Ich hoffe das klappt. Das habe ich noch nie versucht vorher. Ja. Das Gift kommt. Läufst du in meine Richtung? Ja, du bist du. Äh, Grandage? Ich habe sogar einen Airdrop im Gift jetzt noch gerufen. Es lebt der eine Einzelne und das eine Team. Ja, das Team ist gar nicht schlecht equipped. Das Problem. Du hattest jetzt... Was hattest du? Den Kommando, oder? Ja, also ich kriege noch eine Impact Grenade. Wie viele? Komm schon, treff ihn. Treff ihn. Nein, der war zu kurz. Der war eigentlich ganz gut. Ich habe hier keine Pfeile mehr. Ui. Fast. Warst du das? Nein. Der liegt im Gift. Hoffentlich. Muss er. Haben die eine Gasmaske? Darauf warten wir immer noch. Da links liegt er. Komm. Ich loot und hau ab. Abhauen. Erstmal. Ich habe keine Lust auf dem Bogen-Duell. Weil du jetzt seinen vollen Bogen hast. Gift kommt übrigens. Ja, aber ich bin mit dem Bogen einfach kacke. Bzw. alle anderen sind besser. Jeder trifft immer mit dem Bogen. Jetzt müsste ich dir nochmal eine Bandage machen, oder? Nett, dass die den abgeschossen haben. Erstmal wechseln wir komplett die Seite. Das wäre halt echt. Hätten die den nicht abgeschossen, hätten die den contesten können. Dann hätten sie mit uns drauf zulaufen können. Dann hätten wir uns drum geprügelt. So. Hätten sie ja auch so. Als das Gas wegging, waren alle gleich weit entfernt. Stimmt auch wieder, ja. Alle standen vorm Gas. Ja, die sind jetzt da, wo wir den Airdrop gerufen haben. Das heißt, wir sind hier erstmal nochmal alleine auf der Insel. Lass mich dir eben eine Bandage machen. Kannst du eben Holz hacken? Das geht mit dem Messer schneller als mit dem Hammer. Jetzt rufen die nochmal einen Airdrop, glaube ich. Dann sollten wir das verhindern, denke ich. Ich weiß nicht, aber wir können es versuchen, ja. Naja, okay. Ja, bevor die jetzt noch mehr Loot haben. Ja. Das dürfen wir eigentlich nicht zulassen. Wobei, wo ist denn noch ein Feld? Direkt neben meinem. Okay. Da, wo ich meinen gerufen habe, ist noch einer. In der Mitte ist einer. Oben. Ist der Einzelne dann wahrscheinlich? Ne, vielleicht geht einer eben Deckung. Er hat nach oben gezielt, aber ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Versehen war. Ja, der zielt auf den Airdrop. Ja, der kommt da. Nord-Ost. Noch ist er abgelenkt. Schön. Das Zweierteam hat eine Explosion bekommen. Die sind zu dritt?! Okay. Das Ding vergiftet?! Schütte, 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 Schütte! Boah! Boah! Husser! Von mir! Ab in einmal! Zweimal! Ja! Schön, schön, schön! Ey, das sah erst aus, als wenn die zu dritt gegen uns kämpfen! Ja! Das sah auch echt so aus! Oder haben die prinzipiell! Die sind nicht aufeinander gegangen! Ne, wann ist denn der... Wann hast du denn einen gekillt? Von denen? Einer hat gegen mich gekämpft, aber dann musst du ja gegen zwei gekämpft haben. Ich glaube, davon wurde einer getötet von denen. Meinst du? Mit einer Granate. Weil die... Die standen doch am Anfang... Am Ende standen die nebeneinander und haben auf uns... Ja, das dachte ich auch erst! Oder da wusste ich nicht, wer dazugehört und wer zu... Ich dachte, wo ich die Impact-Renade geworfen habe, dass das das Zweierteam ist. Aber dann kam der Dritte dazu und dann auch auf uns... Richtig, das war total komisch! Das war jetzt richtig strange! Aber wir haben es wieder geschafft und ich finde, das war wieder eine ziemlich geile Runde. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst einen Daumen da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!